Musik Ihr habt jetzt noch eine Chance, mir zu sagen, wo der Italiener ist. Wir wissen es nicht wirklich. Ich würde es dir sofort sagen. Wirklich. Eure Chance ist abgelaufen. Jetzt müsst ihr ihn anrufen und ich werde mithören. Habt ihr mich verstanden? All right, all right, aber ich habe kein Handy. Nimm das. So, die Nummer wird schon. Telefonier mit ihm. All right, es klingelt. Einen Moment. Hallo, was ist? Warum rufst du mich an? Hey Primo, what's up man? Warum bist du nicht das letzte Mal hier gewesen? Ich musste mich verstecken vor dem Phantom. Er war plötzlich aufgetaucht, ich bin verschwunden durch den Hintereingang. Oh, so, okay. Den haben wir schon wieder weggeschickt. Der hat uns ähnliches zu sagen. Der ist nur ein kleiner, kleiner Verbrecher. Ähm, ähm, ich denke er ist doch ein besserer Verbrecher, aber wir haben eine Chance gegen ihn. Wo bist du Primo? Kannst du uns sagen, wo du bist? Da können wir uns mit dir treffen. Ich, ich werde euch es nicht sagen. Ich denke mal, ihr werdet von dem Phantom bedroht. Stimmt es? Nein, natürlich nicht. Der ist nirgendwo hier. Wirklich, du kannst uns sagen, wo du bist. Okay, ich bin auf dem Weg zur Bank. Ich werde dort etwas verstecken. Okay, Primo, alles klar. Dann kannst du vielleicht immer die Tage vorbeikommen. Du bist bei uns auf jeden Fall sicher. Vielen Dank, ich werde vorbeikommen. Bis dann. Bis dann, Primo. Sehr gut, er ist also auf dem Weg zur Bank. Ha, dann werde ich mal dort vorbeischauen und mir meine Diamanten holen. Haha, das war ja zu leicht. Alright, sind wir jetzt raus aus dem Spiel? Nein, ihr bleibt hier, bis ich wieder komme. Habt ihr verstanden? Alright, alright, wir werden uns nicht davon bewegen. Das würde ich euch auch nicht raten. Ich habe nämlich ein Auge auf euch. Hier ist eine Kamera installiert und ich sehe alles, was ihr macht. Verschwindet ihr. Seid ihr als nächstes dran. Okay, okay, wir bleiben hier. Ja, versprochen, wir bleiben hier. Okay, ich hoffe es für euch. Dann bringe ich jetzt immer alles auf die Bank. Hoffentlich läuft alles nach meinem Plan und hoffentlich taucht das Phantom nicht mehr auf. Jetzt warte ich hier am Eingang auf ihn. Und wenn er kommt, schnappe ich mir die Diamanten. Lass sie mal einen an, wer da ist. So, jetzt nichts, wir rein in die Bank. Hallo, mein Freund. Ich glaube, du hast etwas, was mir gehört. Gib mir sofort die Diamanten. Das Sieknall schlägt hier auch an. Du hast sie. Gib sie mir sofort. Oder ich schieße. Nein, bitte nicht. Ich brauche die Diamanten. Ich muss meinen Onkel aus dem Gefängnis befreien. Das hättest du dir früh überlegen müssen, bevor du dich mit mir angelegt hast. Das war's für dich. So, her damit. Nein, nein. Letzte Chance. Okay, okay. Dann nehmen sie hier. Hey, einen Moment. Da unten ist jemand. Das ist doch der Italiener. Stopp. Lande den Hubschrauber. Da ist das Phantom. Vielleicht können wir ihn auch noch festnehmen. Los jetzt. Den kriegen wir. Ich gehe in den Landeanflug. Verdammt, die Polizei. Ich muss meine Rauchbombe werfen und verschwinden. Und ich schieße noch auf den Hubschrauber. Feuer. Verdammt, es ist alles schief gelaufen. Aber vielleicht auch nicht. Hoffentlich bemerkt er es nicht so früh. Hey, hey, Primo, was ist hier passiert? Was wollte das Phantom von dir? Er hat mir die Diamanten geklaut, die ich euch überreichen wollte, damit ich meinen Onkel aus dem Gefängnis holen kann. Also das Phantom hat die Diamanten. Okay, aber dir geht es gut? Ja, Robin, mir geht es soweit gut. Aber bitte findet diesen Phantom und verhaftet ihn. Wir werden alles dafür tun. Verdammt, es war wieder so knapp. Aber wir sind auf einem guten Wege, dieses Mal alles herauszufinden. Und du kannst dich auf uns verlassen. Wir finden ihn und nehmen ihn fest. Super, vielen Dank, Robin. Ich hoffe, ich kann mich echt auf dich verlassen. Das kannst du. Mach dir keinen Kopf. Robin, du kannst sagen, was du willst. Aber das nächste Mal schieße ich auf das Phantom. Ich hatte ihn im Visier und ich hätte ihn ja auch nur anschießen können. Du hast recht. Das nächste Mal darfst du ihn anschießen, aber nur so verletzen, dass wir ihn festnehmen können. Alles klar. Das mache ich. Der wird mir nicht noch einmal davon kommen. Denn ich, Trak, bin einer der besten SEK-Mitglieder und werde das auch immer sein. Warst du schon wieder hier? Was machst du hier? Ich habe alles, was ich wollte. Jetzt muss ich nur noch den Koffer öffnen und dann habe ich alle Diamanten. Und dann verschwinde ich. Und ihr seid mich auch los. Zum Glück. Ich halte es auch nicht mehr länger mit dem aus. Verdammt. Der Koffer ist leer. Dieser Italiener hat mich reingelegt. Wenn ich den in meine Finger kriege, mache ich ihn fertig. Der hat mir einen falschen Koffer untergejubelt, aber den Peilsender für die Diamanten hat er reingelegt. Wenn ich ihn erwische, ist er fällig. Das war's. Jetzt reicht's. Jeder, der mir in den Weg kommt, wird ausgeschaltet. Gib mir sofort das Handy. Hier hast du es. Hier hast du es. Hallo, Phantom. Hast du deine Überraschung gerade gefunden? Ja, du hast dich mit dem Falschen angelegt. Ich werde dich suchen und finden, mein Freund. Und dann bist du fällig. Ich will die Diamanten. Du hast noch eine Chance. Bring sie mir sofort vorbei. Das kannst du vergessen. Ich behalte die Diamanten. Denn ich werde meinen Onkel aus dem Gefängnis rausholen. Ob du das willst oder nicht. Es gibt noch andere Verbrecher, die ich gegen dich aufwärtsen kann. Du denkst auch nur ein Verbrecher ist so gut wie ich. Dann hast du dich getäuscht. Ich werde euch alle bekommen. Und dann seid ihr fällig. Habst du das verstanden? Na gut, dann wünsche ich dir viel Glück. Dann kannst du ja versuchen, mich zu bekommen. Ich werde dich bekommen. Das verspreche ich dir. Und ihr zwei werdet mir helfen. Habt ihr verstanden? Alright, alright. Was können wir für dich tun? Das kann ich euch jetzt noch nicht sagen. Aber ihr werdet es erfahren, sobald es an der Zeit ist. Es hat was mit dem Gefängnis zu tun. Ich werde diese ganze Stadt ins Chaos stürzen.